Ein Schild wenigstens noch. Oh. Oh, Dennis, nein, Dennis hat verhelbt. Hallo, Motherfucker. Jo, Tan, was machst du denn eigentlich? Guck doch auf den Scheiß-Jopper, wenn er noch runterkommen kann. Er muss nachladen. Noob, oh mein Gott. Joana, Noob. Er neift dich so was von ins Elendige. Hey, lass mich flashen, lass mich flashen. Hey, Mann, ich bin so scheiße. Danke, ich bin wieder weißen Jesus Christus Himmel. Double Claymore. Oh. Gerrall. Was? Du weiß. Du Wichser, du weißer Wichser, Alter. Digga, irgendjemand ist hier bei mir. Das war Puls, pass auf. Digga, das ist so behindert. Dennis guckt um die Ecke und ich guck mit meinem Kopf auch um die Ecke. Digga, fehlt mich doch. Was? Vielleicht ein Millimeter. Achso, du hast Mittwoch frei, wenn du da sonst Schule hast, oder was? Ja. Leute, haben nämlich gebaitet, Alter. Haben nämlich gebaitet. Ohne Spaß. Die haben dich richtig gefickt, Alter. Ver-aimt, Ella. Wo sind denn die? Da oben, wo alle sterben. Wo sterben denn alle? Weißt du, Dennis? Ey, fick dich, Digga, mit deinen Calls. Ich frage einfach gar nichts mehr. Keine Ahnung, Digga. Ich kann mich auch einfach mitten. Nein, bist du zu leid. Aber die war da wirklich da oben. Ach, leck mich da im Sack. Ich weiß nicht, warum die Treppe untergerannt ist. Digga, das müsste jetzt nett sein, Digga. Dadurch bist du kein besserer Spieler als er, Digga. Der ist dann hacket, Digga. Fertig. Nee, Digga. Dadurch bist du genauso behindert wie er. Es sei denn, er spielt deinen Champ und mis-playt deinen Champ. Auf behinderte Art und Weise. Dann darfst du. Es gibt bestimmte Regeln. Okay, die müssen eingehalten werden. Weiß Jesus Christus Himmel. Oh, ihr Wichser. Er hat gesagt, er redet leid und ließ mich hier. Loll. Chill doch einfach. Lass ihn doch pushen. Ja, für links. Tür. Oh, von der Seite. Boah, Alter. Den hat er gefickt, ey. Puscht dich. Puscht dich. Puscht dich. Dippend, 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 Dippend. Ja, ja. Oh, ja. Fick mich. Oh, ja. Fick mich, ja. Das ist dein Kill. Ich muss ja auch entfläht. Nein, nein. Dann gewinnt, hä? One-Tap ins Gesicht. Wieder in meine volle Recke. Das wirst du gehört. Ja. Ja. Oh, nein. Oder gib ihm One-Tap ins Gesicht. Kommt er das nicht. Sei doch. Kommt, mach. Exekutieren. Ja, dann nimm den Kill, sonst hat er das mehr Kill. Ping mal, dass er da ungefähr ist. Falle. 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 Oh, ja. So nice. Dippend, weiter. Er ist noch ein Fan. Come on, help me. Help me, please. Er ist raus, Mikkel. Der ist einfach explodiert. Der ist hier neben uns. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Er ist ganz aufmachen. Da liegt einer, Digga. Oh, weil das so quickshot. Da, Tür. Ey, ey. Wer hat gerade geflasht? Welcher abgefuckter Wudensohn hat Tigga geflasht? Wer hat da gerade die Flash geworfen, während alle drei pushen? Alle vier. Dennis, du abgefuckter Wichser, tut was das, Digga. Ne, ne, ne. Ich habe keine Flash. Digga, wer hat gerade eine fucking Flash geworfen? Die Dinge können das gewesen sein, die erste Platz ist. Digga, warum wirft man eine Flash, während gerade vier Leute, aber in die Fresse, Digga. In die Fresse. Ich weiß nicht, warum wir sowas machen würden. Hier kommt eine Falle hin, du Shooter, Digga. Ja, okay, dann kommt hier keine Falle hin. Die sind schon drin, Leute. Was wird das? Da sind zwei Leute drin. Zwei Leute drin, mindestens. Ey, das ist gerade nicht dein Ernst. Dennis, willst du mal schießen? Dennis? Dennis, dein Ernst? Dennis, dein Ernst? Ey, warum hast du mich? Joa, ich war gerade blind. Wer war denn? Dennis, dein Ernst? Ich war gerade blind. Ey, du hast zugekommen, du kleiner. Peace out. 3 or 1 bei uns gerade. Guck mal! Guck mal, wo ich geneigt werde! Da war's. Du hast recht. Warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja alles da ist wieder einer im gang und ich werde natürlich auch holen die ist auf der anderen seite der wand alter digga digga die ist auf der anderen seite der wand drückt v und ich sterbe digga dein ernst clippen bitte clippen ob rechts clear ist links chillt der links chillt der mit der diegel wenn du willst ich fuck ihn ab okay er geht nach rechts er geht nach rechts ins andere runde ihr könnt rein ihr könnt rein geht rein geht rein er ist flasht er ist flasht du digna das meinst du nicht ernst der hat mich umgeräumt ja ey kirl das meinst du gerade nicht ernst du hast gerade einfach die runde gefraut oben was alter ich habe mich von euch gerade so angekrankt kam und es wäre so eine fähigkeit hä 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 ey digga ich habe gerade auf ihn geschossen während er in seiner fucking fähigkeit war und er ist nicht draufgegangen ey der ist einfach unverwundbar digga der neue chap der neue chap ist einfach unverwundbar erstes mal läuft jetzt 200 kmh digga zweitens mal ich schieße auf den digga der fickle damage leckt mich am arsch digga was ist denn das gewesen lol der drückt ich weiß gar nicht wo ich geholt wurde digga ich seh das gar nicht ach so ne unten dort wo ich hingeguckt habe da war anscheinend jemand so Klaus irgendwo NANI der wurmsohn digga der wurmsohn digga der wurmsohn digga sag mal der kann sich genau der kann sich ja dranhängen aber was ist das digga alter das hä wo seid ihr hin hä ich wurde angeblich gekillt von ner wand hehehe du bist die gekillt von ner wand HHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA meine meine killcam war eigentlich du wixer kill du Wixer kill du wixer digga was ist mit dem auf einmal los digga ich will sagen irgendwie bleibt wach du hier auf einmal Alter, er macht nicht die Kopfschmerzen. Knife ihn, knife ihn. Hä, was? Wichser. Was, was war'n das, Alter? Hallo, rechts, ich lappte dich zu. Hä, wie, ey, wie konnt ihr mich jetzt auf einmal holen? Ey, du bist nicht so viel zugehandlich gelifet und du hast nach links geguckt. Digga, irgendjemand ist hier bei mir. Hahahaha